Dass das hier immer beschlägt. Aufhören zu schwitzen. Warte. Ich muss das mal kurz entschlafen lassen. Das ist klar, das würde dir wohl nicht passieren. Ja, aber es hat halt beschlagen. Ich habe wahrscheinlich falsch geschnauft. Nee, halt mal das. Bitte. Ja, es ist total nass. Hör mal an. Ja, ich sehe es. Jetzt weiß ich auch, warum. Oh, klarer Blick. Ich bin soweit. Äh, bist du jetzt im Hauptmenü oder wo bist du? Äh, wo bist du im Spiel gerade? Im Hauptmenü oder? Sitzt da Vögel. Nochmal? Ja, da wo man am Anfang wartet. Schon im Online-Spiel oder noch da, wo die Menüauswahl ist? Da, wo die Menüauswahl ist. Dann klickst du mal auf Online-Spiel. Ja. 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 Ich hab dich auch zu reingehen. Ja. Okay. Ja. Ja. Was ist, was passiert? Cornelia spielt mal wieder als Umir. Äh, bei euch sind, sind Accounts so für'n Arsch, weil ich da echt nicht auf... Ich spiel' als du. Ich spiel' ja gegeneinander. Ja. Ja. Jetzt so, irgendwie. Naja, geht ja nicht anders, weil nicht genug Leute da sind. Naja, du bist ja in meinem Account angemeldet. Ja. Du hättest mich anmelden sollen. Ja, ist doch egal. Na, ist nicht egal. Hannes, ist es nicht egal. Ja, jetzt nicht mehr, weil sonst ist die Zeit um mich. Ich hab auch nicht ewig Zeit, Leute. So, also. Ich auch nicht, weil die Lisi muss noch baden. Achtsa. Und wie gefällt dir Paris so? Ist das scheiß Ding? Gar nicht, weil ich... Ich seh' wie durch ne Taucherbrille. Sie ist schon wieder da drin echt angelaufen, ja. Dann hör halt mal auf zu schwitzen. Ich hab' das extra sauber gemacht. Hast du so viel Angst vor mir? Na, überhaupt nicht. Schick mal Umea weg, das nervt, wenn im Hintergrund die ganze Zeit einer reinlabert. Er ist zu tief. Achtsa. Der Umea sagt, meine Nase... Das ist nicht größer als deine Nase. Meine Nase ist zu tief. Er ist zu hoch. Jetzt hab' ich noch acht Sekunden mit meiner Taucherbrille. Ja genau, voll fest und andere hat kein Blut fließen kann. Ja, damit... Kein Blut fließen kann. Okay, jetzt geht los. Willkommen bei Eagle Flight, wo Johannes sie fertig macht. Umea auf mich auszulachen. Das war sie mit deinem Gesicht so. Ja, echt. Mir fällt gerade ein, ich hab' ganz vergessen, wie man die Steuerung macht. Das ist schlecht. Verdammt. Das ist schlecht. Scheiße. Oh. Das kann ich verletzen. Jetzt liegt aber ganz blöd. Ganz gut liegt er. Ne, ich bin doch so'n Tunnel durchgeflogen. Ne, ich bin doch so'n Tunnel durchgeflogen. Was war jetzt des? Das war der Johannes hinter dir. Ach man, ich vergess zu schießen. Wie kann man schnell wieder schießen? Ich hab' vergessen, dass man da schießt. Scheiße. Und der rechte Knopf ist... Hey. Schild. Das ist das, was jetzt gerade geholfen hätte. Nochmal. Links ist schießen. Ja, und rechts ist ein kleines Schild. Verdammt. Wir sollten unbedingt eine KI erfinden. Ja. 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 Ja, ich kann nicht schneller fliegen. Wie ging's schneller? Ach so, ja doch. Geht schon. Rechter Zeigefinger ist schneller. Du hast die Beute, da muss ich hin. Tja. Hast du den nicht nehmen lassen, ha? Das ist schon eine dreckige Lache im Hintergrund. So, gibts noch ein bisschen Schonfrist für die Kornelia und dann spielen wir mal echt. Ahahaha. Also, Delisi findet's total witzig, was ich da mach. was denn jetzt passiert ich bin raus du hast jetzt bin ich ins ding reingefallen schmeiß ruhig weg die beute braucht ihr keiner wo mehr du schaust aber dass die lise nix im mund nimmt tada ja ich muss durch eine taucherbrille schauen moment ich mache jetzt meine brille es ist so schade dass das wenig leute spielen ja das stimmt weil keiner kann sich das ding leisten das glaube ich also weniger da schaut man muss einfach nur den atem anhalten einfach ersticken durchblick also dann jetzt kann ich und jetzt wird es besser meinst du jetzt mach dich sechs zu zwei tot das ist kein wunder ich heiße amr diab du hast ein loser name echt amr diab 14 vierzehn zwo fünfzehn er sollte erst die 0 8 15 da ist er gesagt er soll stehen amr 0 8 15 diab die lise im hintergrund ist er dann der beste vogel ne ist er nett merkst du es ist total verschwommen das ist aber jetzt das bild tatsache ist die verschwommen ich habe glaube ich meine brille kaputt gemacht hast du zu tief sitzen du sei einfach mal leicht nach oben dann wirst du relativ schnell feststellen ja jetzt hat er mich bei der beute ich bin schon volle pulle der vogel ist zu lahm der vogel ist zu lahm verdammt doch der vogel ist lahm aber du hast du so ein fanclub im hintergrund nein nein ich wollte doch sturzflug das war der schnellste rebound erledigt immer unfair gespielt hat unfair warum kann man nicht einfach in den vogel reinfliegen kann man doch habe ich gerade bei dir gemacht ja eben aber anders mein coach ist schuld ich hab's scheiße ich sehe schon wir wollen eigentlich gar nicht gegeneinander spielen um jetzt hör auf so zu lachen ach so habt ihr einen bieber mit an oder was sich dreht da kommen komische weiße sachen vom himmel die wolken fallen vom himmel ja aber ich muss jetzt schauen wohin ich muss da ist jemand hinter dir achtung vogel hinter dir das kannst du dann auf youtube hinterher noch mal angucken hey wie du für mich den vogel ins nest getragen hast oh man oh man hau ab ich will einmal einen schönen stützflug machen und dann zack scheiße scheiße so oh hey es gibt's ja nicht du kommst ja jetzt nicht hin oh nein oh nein ich schau mir den mond an ich sehe gar nicht was da auf dem schild steht was mond ja wenn man nach oben guckt über diesem hässlichen roten schild es regnet auch noch mal so traurig war das spiel gott weint weil eigentlich bin ich der bessere vogel hast du einen vogel immerhin bin ich blaues team du weißt was mit roten teams geschieht ich würde empfehlen dass dir das video nachher auf youtube anschaust weil du bist nämlich rot bei mir oh ist sie hingefallen na die müssten bei dem spiel tatsächlich ein paar kleine updates machen zum beispiel dass man die standard missionen dass man die zu zweit machen kann gegen einen computer oder so na weißt du es gibt doch diese speed fight rennen und so zeug im einzelspieler modus dass man die auch zu zweit spielen könnte das wäre cool und dass du irgendwelche computer gegner hier eben mit hinzufügst das wäre cool und da hast du unten ausgemacht nein ich gehe und mache alles aus und dann komm wieder nein ich will gar nichts mehr doch komm wieder der wollte länger gell ja darf ich dann ja freilich darfst du ja ja du darfst solange du willst ich will noch nicht ins bett ich will länger auf bleiben ja da 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 ist voll bewegt Oh, das war gar geil. Oh, nein, das ist kein Durchgang. Hast du auch gemerkt, ja? Ich hab's auch mal ausprobiert. Hätte ja sein können, ne? Oh, scheiße. Das ist blöd, da ist ein Sims davor. Ah, da wird's jetzt interessant. Du gehst jetzt jetzt auf die Sorte. Oh, scheiße, das ist ganz blöd zum Holen. Na, das haben wir ja gut gemacht. Tu mal nicht mich abschießen. Ich überlasse dir die Beute, sobald wir sie da raus haben. Aber sonst machen wir uns jetzt bloß. Ey, das war ernst gemeint. Ja, ja. Sankt der Löwe zum... Zum Lamm. Ja. Ja, dann flieg ich halt einfach durch die Gegend und wart, dass du jetzt noch 10.000 Mal stirbst. Ja, okay. Solange die Tafel auf 0,0 bleibt, habe ich meinen Spaß. Da wäre ich mir noch nicht so sicher. So, wir können ja auch so. Hey, siehst du? Ich wollte sie überlassen, aber du wolltest ja nicht teilen. Warte, ich hole sie jetzt. Ich habe jetzt die Idee. Oh. Verdammt. Wiese. Hey. Ich kriege die, habe ich mal gesagt. Was? Ne, da hast du gesagt. Ne, ne, ne. Löwe, Lamm, bla bla bla. Irgend so ein Quatsch hast du gesagt. Na, warte. Ach, du bist kein Adler, du bist ein blindes Huhn, der es auch mal ein Quatsch findet. Hahaha. Hahaha. Brrrr. 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 Scheiße. Also eben war der, der Baum noch nicht. Ja, ja, genau. Brrrr. 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 Ich rede sie ganz dagegen irgendwelche Ecken an. Hahaha. Scheiße. Aber so wie es aussieht, geht es nicht nur mir so. Verdammter Mist. Das heißt, die Beute holen und ich mich jagen. Mich kann man nicht essen. Man muss Priorität besetzen. Hey. Was ist jetzt? Zeit aus. Hey, was ist das denn? Du hast so viel Zeit damit verbracht, mich davon abzuhalten, die Beute zu retten. Ja. Siehst du, jetzt ist nur 1 zu 0. Habe ich das schon schwerer gemacht. Ich habe neulich gesehen, das Spiel ist jetzt eigentlich auch schon die ganze Zeit auf On Sale. Also das kriegst du jetzt für 19 Euro. Kann ja nicht sein, dass das kein Schwein kauft und keiner spielt. Vielleicht hat keiner die Brille. Ach. So viele Leute haben die Brille. In andere Multiplayer-Spiele, wenn ich reingehe, da habe ich ständig Leute. Da brauchst du nicht lang warten, bis irgendwo ein Spiel zusammen geht. Das ist aber auch das künstliche Spiel irgendwie. Ja, ja. Das ist ja das, was mich so wundert. Also mir gefällt es auch unfassbar gut. Ja. Das ist eines der Besten. Und die Welten sind auch cool. Wenn man nicht ein Kind hat und wenig Zeit. Ach so, das VR Worlds. Ja. Ich habe mittlerweile schon mehrere andere echt coole VR Titel. Aber da müsstet ihr halt auch mal installieren und ein bisschen üben. Ja. Wir schaffen es gar nicht so oft hoch in unserem Hobbyzimmer. Das ist leider so. Weil Wochenenden werden meistens für Unternehmung hergenommen. Ja. Und dann sind wir abends groggy. Jetzt geht's los. Jetzt gebe ich dir mal einen Vorsprung. Haha. Nee, echt? Mhm. Das 1 zu 0 schenke ich dir jetzt. Ha. Weil es neblig ist, schenke ich dir das 1 zu 0. Weil es neblig ist? Ja. Und weil ich so ein toller Mensch bin. Mhm. Hast du das vegane Polonaise nicht bekommen oder was? Das habe ich noch nicht gegessen. Das ist von der Oma, nicht von mir. Ach, dann. Hey. Ich habe ein Schutzschild. Ja. Das habe ich beim ersten Schuss erledigt. Meine Fresse. Wie war das mit dem 1 zu 0? Ja, ich... Ist nicht so. Scheiße. Baum. Dass ich das Tor gemacht hätte. Hä? Ich habe kein Tor gemacht. Ich habe es nur dir etwas schwerer gemacht. Mehr nicht. Tja. Verdammt. Pfff. So, dann heißt es mal aufholen hier. Hey. War so verlockend. Wie kannst du denn so schnell aufholen? Ich schaff's ja auch nicht. So schnell. Mein Vogel fliegt, glaube ich, langsamer. Es gibt einen Trick, bergauf fliegen ist langsam, bergab fliegen ist schnell. Ja, aber wenn ich schon unten bin, dann muss ich halt auch mal hoch. Ach, müssen ist so ein hartes Wort. Das ist dir scheinbar echt wichtiger, mich zu stoppen. Da war erst immer das Problem, dass wenn du mich killst, dann komme ich direkt in der Nähe von der Beute raus. Das ist blöd. Haha, da hat jemand nicht mitgedacht. Ich bin die schnellste Eule, wo diebt. Da hat wehgetan, aber es war ein Punkt. Ich hab die Beute mit meinem Leben verteidigt. Du hast mich mit dem Echo-Schild gerammt. Scheiße, aber das ist so blöd, ich komm gar nicht schnell weg. Nö. Nö. Deswegen fliegt man auch nie. Aber du ja auch. Nein, ich versuche immer die unmöglichsten Wege. Ich auch. Damit ich eben... Ja. Das hat mich erledigt. Gott sei Dank. Verdammt. Ich möchte jetzt mal einen Drachen spielen. Ja. Ja. Ich auch. Das dauert immer so lange, bis die nächste Runde wieder angeht. Ja. In der Hoffnung, dass einer die Playstation einschaltet und das Spiel dann macht. Ja, genau. Ich bin grad fasziniert, wie verdammt lang das Kabel von der PSV ist. Ich komm da fast einmal komplett durch den Dachboden bei mir. Woher? Nee, der ist gar nicht da. und dann... Tum 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 tattattattattattattatt. schon mal adler gesehen der dampft ich habe gerade nicht aufgepasst ich war fasziniert von meinem punkt ja ist das ansteckend wenn man so gerade ausschaut kommt da dieser ich habe die beute gesehen ja tscheter bringen sie zum nest in dem du nach den gelben bereich fliegst ok 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 du drückst aber schon mit dem zeigefinger die r2-taste beim fliegen gut aber es ist trotzdem zu langsam ein bisschen bedenkzeit gebraucht weg so fliegst du wieder die ganze zeit in so eine lange gerade gasse da bist du unheimlich leichtes opfer für mich dann fliegt schnell nach oben und eine andere gasse und gleich wieder nach unten da du bist ein sehr sehr leichtes ziel für mich gerade ich nehme dir mal ein schild weg hier wird spannender da kann ich jetzt aber nur wirklich nichts für paris hat echt blöde architektur wenn es so viel energie reinstecken würdest du ich aber es ist schwierig bitte kehre um ok du fliegst in die falsche richtung ich denke mal da geht es rein weil der licht ist und da ist nichts ich habe jetzt eine neue strategie du wartet einfach ein bisschen wo der gegen flieg genau ich flieg einfach oben und halte auch schauen wo du sie fallen lässt da ist doch ein loch da ist ein loch das spiel hat ein loch Autschi das hat weh getan ach ach muss schon sagen wenn man so ganz weit oben echt guten überblick weißt was wir könnten das ganze faire gestalten indem ich einfach keine schilder verwenden darf ja aber hat mich erledigt Zeit Na dann Frustrierend ja gut ab der Runde machen wir es jetzt ohne Schild bei mir schau Gott ist erzürrend siehst du den Himmel blutrot wie war das denn Herr der Ringe wo der roten Himmel sind heute Nacht ist Blut geflossen nein nein das ist morgen rot scheiße was denn scheiße 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 wie dämlich bin ich denn keine Ahnung bist du noch da ja ich habe den falschen Knopf gedrückt und habe das Headset ausgeschalten und die Kamera dazu auch einen schwarzen Bildschirm das ganze Wochenende Kamera und Headset ausgeschalten ja wie macht man sowas ne da wo man lauter macht gibt es drüber noch einen Knopf der ist penetrante achso du meinst die Fernbedienung von der PS4 ja ja eigentlich wollte ich bloß lauter machen jetzt habe ich gedacht ich habe die ganze Playstation ausgeschalten ne ne ach und außerdem ist das ein Stress ja ich stelle dir mal vor das wäre mir beim Fliegen passiert ach wo er hätte es auch so nicht gewonnen ja dann ich muss ja schau deiner Niederlage entgegen ja ich fliege einfach und schau mir die Stadt an hat ja auch was eben eben hey der hey der war aber knapp hier ja ach das gibt es auch nicht ach das gibt es auch nicht ach das gibt es auch nicht super fallen gelassen finde ich auch wow ja ich komm da gar nicht hin super und du weißt dass du bremsen kannst mit links ne super deswegen bremsen ich brem ja immer voll rein in alles ne man kann links bremsen oh ich bremsen der link links zwei also zeigefingerträger unten links ja toll ich gehe mit voll speed immer wer bremsen das feige das ist aber ja das ist du Hey, was ist jetzt los? Ich seh nix. Du fliegst in die falsche Richtung. Ja, aber warum seh ich nix mehr? Hä? Zeit aus. Hab ich die jetzt noch? Ne, Zeit ist aus. Oh. Ne, wir sind aus der Spielzone geflogen. Na toll. Hab ich die Beute jetzt noch oder nicht? Ne, du holst sie grad. Achso. Ach Gott. Wende. Also, wenn ich mal ein Vogel werd. Keine Chance. Naja. Naja. Hast du den jetzt noch gemacht oder was? Ja. Ach, scheiße. Ey, der liegt aber eigentlich gut. Ja. Schreibe ich nicht an. Ich muss halt mal bremsen vielleicht. Also, ohne Schild ist mir echt verletzlich. Ja. Ja. Du hattest mir getan. Ah. Bist du auch reingekracht? Na, da ist ne Brücke. Nein. Ich wollte von oben nach unten mir das holen. Meinst du so? Au. Ja. Wo hast du es fallen gelassen? Ne, du hast mich gerammt. Ah. Ja. Jetzt ist die Zeit ausgewiesen. Naja. War schon knapper. Ja. Oh. Du darfst da oben ja dann machen. Ne, jetzt dann eh da drin der Kopf jetzt dann. Wechsel mal. Wir haben einen Mitspieler bekommen. Wie kann ich wechseln? Ja. Mach mal beide schnell Teamwechsel. Vielleicht geht der. Ja, aber das ist ja fies. Zwei gegen einen. Ne, das ist gut. Oh. Jetzt ist es cool. Ja, sag ich ja. Ihr zwei gegen mich ist sinnvoller. Tu ihn mal annicken. Da kann ich. Will ich ja, aber er schaut dich und sagt auch nicht hallo. Hey. Fag Max. Wenn schon einer Fag Max heißt. Wie Mad Max. Haha. Gott sei Dank heißt er nicht. Ähm. Wie heißt der? DART. Der DART. Der die Katze frisst. 2019 kommt die dritte Staffel übrigens. Du hast 19 erst? Ja, aber dann live mit Amerika. Also gleichzeitig. Wir müssen gar nicht warten. Ja, das ist mir wiederum wurscht, aber warum noch ein Jahr? Mir nicht. Ja, weil das eine Jahr wahrscheinlich nicht reicht. Bleib ja bei mir und tu jetzt nicht die letzten Sekunden wechseln. Hast du gehört, Fag Max? Warum sollte er? Jetzt. Noch weiß er ja nicht, wer der Bessere ist. Ich. Zu zweit. Ich kümmer mich ums Abmurksen. Ah, jetzt wird's schon spannender. Ja, Gott sei Dank. Hoffentlich fliegt er gut. Was hat jetzt so geklingelt? Wo bist denn du da? Arsch. Also viel sehen tue ich wenig, bevor ich wieder tot bin. Das finde ich cool. Einen fähigen Mann an deiner Seite jetzt. Ja, Gott sei Dank. Oder eine Frau. Ah, ne. So wie der fliegt. Ach ja. Ich bin schön. Ich bin so etwas Glück. Er macht den Nass. Pfeift. Er macht den Nass. Er macht den Nass. Er macht den Nass. Oh Gott. Nass. Er macht den Nass. Ich habe ein paar echt böse Lecks. Ja, aber ihr zusammen habt beide auch genauso viel Tote wie ich. Ich habe ein paar Jahre alt. Das ist mir faszinierend. Der hat die Beute, fliegt in Richtung Ziel und kann mich gleichzeitig abschießen. Das ist ja. Wo man sich schon fragt, wie das eigentlich geht bei den Leuten. Ja. Das habe ich mir vorhin auch gedacht, weil ich bin damit beschäftigt, dich ins Visier zu nehmen und der fliegt und unter dem Fliegen schießt er auf dich. Vielleicht gibt es irgendeine Kombination, wie ein Vogel, dass du geradeaus fliegst, aber woanders hingucken kannst. Zeit aus. Aber wir haben gewonnen. Und jetzt ist er reumütig und geht zu dir rüber. Ja. Ey, jetzt ist es cool. Ey, ich habe ihn nachher bekommen. Ja. Ich sage, jetzt ist es cool. Jetzt sind wir 2-2. Oh Gott, jetzt der arme Kerl. Jetzt geht danach das gewechselt los. Ja. Ja. Weil er keinen Bock hat. Aber es sind auch Playstation Spiele, es sind keine Computerspieler. Mhm. Weil Computerspieler werden mit so einem weißen, mit einer weißen kleinen Raute gekennzeichnet. Der Dark End schaut dich dauernd an, aber der Fake Max schaut gar nicht rüber. Du hast zu mir keiner geguckt. Doch, die ganze Zeit vorher nicht da. Jetzt schaut er gerade aus. Jetzt schaust du immer rüber. Vorhin hat er die ganze Zeit versucht, dich hier anzuschauen. Soll ich nicht so haben. Jetzt hast du ihn verärgert. Jetzt schaust er. Jetzt nicht mehr. Haben wir uns schon gesehen. Jetzt auch, jetzt auch. Warte auf. Auch nur ein Vogel. So, jetzt geht es gleich los. So. Jetzt geht es gleich los. So. 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 Hier. So. So. Warum müssen Sie das jedes Mal wieder zeigen? Jaa. Sonderflug. So. 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 Dass du frei. So wirst dich mal wieder zeigen? Seinas? So, selbst çevreservierenden Teile. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Scheiße Ich hab es geschafft Autsch! Aber ich bin bis jetzt die meisten Tode gestorben, das nervt mich. Tja... Hey! Man sieht, wer dich getötet hat. Aha. Aber du hast es nicht gesehen, du bist vorher nicht. Gott sei Dank. Der Gegnerteam hat gepunktet. So eine Sau. Ja. 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 Du hast dich selber erledigt. Was ich ne? Doch. Ja. 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 Richtig. auch jetzt kapiere ich das 14 2 15 was 14 2 15 amra 14 2 15 die ab das ist unser datum ja aber nur noch zu er trotzdem cooler nein aber weißt du was hat er auch das genommen damit er sich einen jahrestag merken kann so los geht's noch eine runde und da darf der uber beispiel knapp dabei müsste ich wenigstens erwischt jetzt ist der tag ein bisschen sauer hat jetzt auf einmal spiel es wird cool gewesen wenn ich die nachher gesteckt ja das was er hat jetzt rückwärts geschossen wir geben das ja das weiß ich ahmet da geht so einiges nett findet das extrem komisch ja jetzt liegt scheiße ich mal wieder verschätzt ob aber irgendjemand hat ja schau der hat rückwärts mich abgeschossen gibt es doch gar nicht ich habe die beute aber so ganz kurz noch bitte 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 nein gegner team hat gepunktet das gibt's doch nicht was ist mir jetzt was denn du nervst mich das gibt's doch nicht hey freund so wahnsinn ich hole jetzt ganz kurz okay hallo soll sich bei einer eine minute 20 ja augen ja sie 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 Das war's für heute. Das war's für heute. So, wir hatten eine schwere Runde, weil wir zwei gegen die anderen zwei spielen und die anderen zwei sind echt gut. Hey, die Cornelia schreit, ich hatte keine Ahnung, was ist denn da los auf einmal. Wo hast du? Jetzt müssen wir da rankommen. Ja, ich muss erst, ich habe lange nicht mehr gespielt. So, und du hast auch die Brille ganz schön dreckig gemacht. Was? Vorsicht. Bitte. Also ich habe so die Beute. Okay. Scheiße. Nicht mehr lang. Ja, aber langsam wird es schon. Ja, über eine Stunde. Echt? Ja. Ja. Was für Quatsch, warum sollte ich die Quatscher sehen? Frage halt den Johannes. Oh Mann, oh Mann. Ja. So wischt mich anziehungsweise mal keiner von denen bringe ich mich selber um. Das Team ist auch nicht produktiv. Du holst die Beute und ich halte den auf, ja? Ich versuch's. Nein, ich bin nicht im anderen Team. Doch. Doch, wir sind in meinem Team. Ja, ich habe doch gerade gesagt, ich beschütze ihn und er soll die Beute holen. Ich erledige diesmal. Nein, ist er nicht. Ich soll den Mund halten. Also. Ich erledige mich, dass die rückwärts schießen. das weiß ich nicht wie die das machen irgendwie können die rückwärts schießen das gibt es nicht diesen süchtige profi ach das ist das ist so der hammer verloren wollen wir noch eine versuchen oder weiß nicht eigentlich wollte ich mit dir lieber das zombiespiel spielen ja nicht der muss aktualisiert werden aber der dauert dann dass unser internet so schnell ist dann probieren wir es dann mal eine runde genau aber dann brauche ich irgendwie ein anderes spiel weil ich bin erst gekommen und du hast ja gespielt ja ja aber das spiel es geht irgendwann an den kopf ja ja und die brille muss auch dringend geputzt werden ich weiß nicht was sie gemacht hat sie hat ein mal genießt ich weiß nicht ob das damit was ja und ich weiß nicht wie bei ihr das schlägt einschlägt beschlägt beschlägt ja die scheibe sie tut nach oben pusten statt nach unten ja 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 so einer ist schon weg der zweite kommt hast du ja jetzt damals also ja ich habe versucht die beides erledigen weiß ja so bämm der zweite auch man wird schnell erwischt die ganze videoaufzeichnung ich habe mir das nachher noch mal anschauen aber die schießen tatsächlich nach hinten werden sie nach vorne fliegen so du konzentriert sich auf die beute und ich schaue dass die versuchte mir klebt einer am arsch das ist das problem also um den kümmert ich mich also des weg scheiße 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 kommen jetzt ich hab sie aber der hat mich erledigt ich versuche nochmal die aufzuhalten wenn ich beute ist gefahren doch nicht sehr gut der eine ist schon erledigt du schaust auf die beute ja ich bin gerade wo dagegen flogen aber ich beeile mich der fegmex hat sie die sind so nervig schwer zum hätte ist die schießen irgendwie auch seitlich ich sage irgendwas irgendwas können die was wir nicht können ja super man müsste vielleicht mal den story modus weiterspielen vielleicht lernt man das irgendwann ja schätze ich auch also ich bin hinter denen vielleicht habe schon gesehen muss man unbedingt denn den einspieler modus weiter verfolgen ja jetzt gehen wir aber raus ja war mal das spiel aus anwendung schließen